Hallihallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem neuen Video von Dead by Daylight und zurück auf meinen Kanal. Wir starten direkt mit der ersten Runde. Ich seh dich! Wo bist du denn? Ach da. Oh, ist ja Farbbeat. Oh, es ist der Doktor! Und er hat mich. I hate this Doktor! Oh, ich hab'n Jen gefunden. Oh ja, der will nicht. Da lieg' ich auch schon. Mit seinen leuchten blauen Augen. Der kommt genau auf dich zu. Naja. Jetzt hat er hier erstmal gefrisselt. Jetzt... Der ist immer noch bei mir. Der kann sich nicht so ganz entscheiden. Jetzt kommt er auf dich zu. Jetzt ist er wieder bei mir. Ja. Ja, der kämmt so ganz leicht. Muss ich dazu doch mal sagen. Oh. 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 So. So. Selbst feiern. Lauf! Aber doch nicht in meine Richtung. Oh. Da hinten. Und schau dir hier, wo ich stehe, Herzschlag. Ja, wo soll ich das wissen? Wie du glaubst. Okay, jetzt in den Schrank zu gehen ist sinnlos. Na, du bist da oben. Lässt er die liegen, ja, ne? Da hinten. Alter, ich hab's mit meinem ... ... irgendwie was geholt. Ahhhh, Killer. Aaaaaaah Hoffe wir das schaffen, 3 Gems. So verpärtschbar. Glaub ich auch nicht. Ja und ich hasse das, wenn die in meine Richtung kommen. Und ich so schön an dem Jem sitzt und die kommen bei mir hin. Ich weiß es nicht. Ich bin mir zur Sicherheit in nem Schrank drinnen. Oh, die hängt bei mir im Keller. Ich hab immer noch Hardbeat. Und ich weiß es nicht. Alter, als ich... Wollte ich eh drücken, um durch das Fenster zu gehen. Ja. Und da kommt auch schon der Keller. Und er hat sie schon wieder. Die ist jetzt tot. Ich höre, ich hab hier einen Jem gehört. Und hier... Hier bist du. Hi. Hier bist du. Hi. Und hier bist du. Und ich renne ihm mal entgegen. Ich bin eh verletzt! So konntest du abhauen. Jep! Ich geh jetzt wieder da hoch, von wo er gekommen ist, wo du hinkst, da geht er gerade hoch. Oh, da hat er wehen, er riecht. Ja, die sind irgendwie bei mir, ja. Polly, nett gemeint, aber... Dass das nix bringt, war doch irgendwo klar. Danke. Ich bin verletzt in den Traum. Du weißt, glaub ich, ist halt nicht so die gute Idee, aber egal. Oh, er hat mich nicht gefunden. Oh, er hat mich nicht gefunden. Ich mache heili, heili. Oh, ja, Killa bei mir, ich bin dann mal tot. Bei deinem Gym. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt renne ich hier irgendwo durch die Gegend. Ja... Ja... Oh, ja. Versteckt mich lieber. Du musst immerhin noch drei Gems machen. Ja... 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 Ich muss noch eine Herausforderung wählen. Polly ist auch im Schrank. Polly sucht Generator. Oder auch nicht. Er geht wieder in den Schrank. Nein, nicht ganz. Kann sich nicht entscheiden. Ob Schrank oder nicht Schrank. Das sind wir reinkommen. Ne, ich habe noch ein paarrollen gesehen. Ich habe noch einen Geil genommen. Machen sie ja. Ich habe hier alles bewegen. Und ich habe sie verletzt. Nicht schlecht. Ich habe hier. Um ein Geil.. Ich habe hier erstmal geflossen. Oh nein, hier ist leider keiner Aber du rinkst noch nicht, ne? Huh? Ach ja, stimmt, einmal hieß ja schon, weil ich Polly gerettet Polly hat Herzschlag Me too Polly kommt Polly, fuck it Du schreibst erstmal So, er sucht ne Kiste, du musst dich beruhigen So, was macht Polly? Der kommt zu dir? Oder auch nicht? Ich bin fertig wo, 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 wo Polly sucht einen Generator. Ah, der ist jetzt an deinem Generator. Und der Killer kommt auch schon. Ja, hat Polly aber nicht gesehen. So, jetzt geht er wieder an deinen Generator. Der Killer kampt jetzt halt die letzten drei Gems ab, ne? Also, der hat sich jetzt schon über die Hälfte fertig. Der Killer scheint jetzt auch nicht mehr hier runter zu kommen. Der guckt immer nur von oben, von seinem Trönchen, ob der wen sieht. Und dann rennt er wieder zur anderen Seite und guckt da. Jetzt kommt er. Ne, jetzt geht er wieder hoch, ja. Der ist kurz runter, aber ist dann direkt wieder die Treppen hoch. So, der hat ihn schon angemacht. Oh, nein. Polly sitzt jetzt an dem nächsten Generator. Oh, scheinbar nicht in Ruhe gelassen zu haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber er lässt Polly in Ruhe und er setzt sich jetzt wieder an den Generator. Aber Killer kommt wieder. Drückt den Gen und geht. Das sieht nicht so aus, dass er bei dir anschrauben. Er braucht nur noch einen Gen, wenn der Killer euch das jetzt machen lässt. Habt ihr Glück? Ja, hast du Glück gehabt, ja. Und er ist wieder bei Polly, rennt aber an Polly vorbei. Polly rennt ihm jetzt hinterher. Ja, er hat ihm einen Generator gezeigt, aber Polly macht ihn nicht, sondern rennt den Killer entern. Und der Killer rennt vor ihm weg. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt hat er ihn geschlagen. Aber er darf jetzt jeden Gen machen. Ja, der wird schneller fertig sein. Oh, der hat Ruin deswegen. Da hast du aufgeschrieben. Polly heilt sich gerade erst mal selber. Oh, der ist fast auf ihn zugelaufen. Ich hab den Killer nämlich gerade gesehen. Ne, der ist bei der Hitte, wo der Keller ist. Ja, genau. Da müsste ich jetzt den Gen hören. Und an dem Gen sitzt der da. Oh, warum hängt der dich auf und Polly lässt er in Ruhe? So naja, dass der überlebt, wissen wir ja. Da brauche ich ja jetzt noch nicht weiter gucken. Und somit, meine Lieben, sehen wir uns gleich in der zweiten Runde wieder. Und somit herzlich willkommen zur zweiten Runde. Wo bist du? Okay, wir haben eine Nerf. Wären wir jetzt am Handy, würde ich mich freuen. Aber wir sind nicht am Handy, also freue ich mich nicht. Ja, klar. Und ich bin direkt bei ihr. Und ich bin in der Scheune. Ich bin jetzt erstmal in der Schrank gegangen. Spannend für dich! Mein ist nicht. Die ist noch irgendwo bei mir. Aber ich sehe sie nicht. Aber ich höre sie. Okay, jetzt wuscht die sich, okay. Dann können wir mal aus dem Schrank raus. Oh ja, genau vor mir. Ist die weg? Okay. Die gehe ich auch runter. Oh Gott, die ist bei mir, ja. Aber ich konnte nicht wegdrehen, weil ich gerade einen Skillcheck hatte, als sie kam. Ich wollte meinen Jen nämlich runterhauen. Oh Gott. Ich komme dann mal in den Keller, weil ich am Jen hängen geblieben bin. Und du heilst dich genau vor mir? Was ist jetzt weg, aber ich weiß nicht wo hin. Ich war überwür ich sehr. Und er ist bei is bei Pala. Und Pala Pala. Und Pala Pala lebe. Dankeschön! Scabby, das ist grad nicht gut! Das ist ja total ungünstig. Heim nicht mehr hinterm Baum. Ich hab gerade noch mal so Glück gehabt, wa? Dann gehe ich Pelle holen. Ich bin schon da. Und die Killerin auch. Ich hab den Schlag eingesteckt. Ja, sie will mich auch. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da geholt. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Oh, da. Ich sterbe dann jetzt! Warum? Da ist doch gar nichts dafür! Achso, das habe ich gar nicht gehört. Der hat jetzt gerade hier die Klosette, die bei mir hier rumläuft. Scheint gut zu sein. Hier sitzt du, heilst, die andere sitzt am Generator. Ja, jetzt hebt die mich aber auf. So. Irgendwie laufen die Runden heute nicht so gut für mich. Das war's. Töpfe, Lali. Der Killer ist auch krank. Das ist bödel. Ihr seid alle zusammen. Die wollen, dass du ihnen folgst. Ach, Scary. Du bringst mir kein Glück. Stimmt das etwa, was man über schwarze Katzen sagt? Dass sie Pech bringen. Sie hat Palla. Ach, Dickerchen. Hat man den Schnurren? Leid ich nicht, dass meine Nase juckt. Das war's. Das war's. Den jetzt so zu gucken, hab ich nicht so große Lust, du? Und so sehen wir uns dann gleich in der dritten und letzten Runde wieder. So mein Lieben, und da sind wir wieder. Und willkommen zurück zur dritten und letzten Runde. So, ich bleibe hier, wo ich bin. Ich weiß, wann ich wo ich bin, aber ich bleibe hier. Oh Gott! Ja, versperr mir den Weg. Ja, mach das. Ich hab Killer am Arsch. Mann, ich konnte die Palette nicht ziehen. Das ist so... Scheiße, ich komme in den Keller. Ja, lass mich doch liegen. Aber ich glaube, da kommt er, ja. Aber das hebst du mich jetzt auf, oder nicht? Ja. Und ich hab's eben noch gesagt, dass wir den neuen Killer kriegen. Ja. 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 Wo kommst du? Ja. 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 Ich weiß einfach nicht wohin. Einfach mal hinter am Stein. Einfach mal hinter am Stein. Dankeschön! Toll! Die ist genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Dann einmal in den Schrank. Wo bist du? Ach so. Ich wollte da oben an den Jem. Ja. So, und dann raus. Ich gehe sie abhängen. Aber ich brauche 8. Meine Mission. Dankeschön! Und da ist ein Toter. So, machen wir Heili Heili zusammen. So, eigentlich war doch auch ein Jem, der war da. Und das wird auf mich abgesehen. Ja, komm mal. Ne, hat er nicht. Da ist er schon. Da ist er schon. Ich hab leider ihr und ihm die Palette auf den Kopf geworfen. Es tut mir leid, aber... Versuch mich zu heilen. Ja, bei mir. Er kommt doch schon direkt zu mir. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Ja. Ich weiß nicht, wohin mit mir. Die Runden laufen echt nicht gut für mich. Ja, der hat jetzt die, die da am Jen saß, war ich in der Nähe. Aber der kommt wieder zu mir. Achja. Die Runden laufen einfach nicht für mich. Ich häng einfach mal neben dem Haken. Ich hab keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist der Haken. Nicht durch mich durch. Das ist der Haken. Das ist der Haken. Das ist der Haken. Und Dilla auch direkt wieder hier. Nein. Hinter der anderen. Noch. Vielleicht kann ich mich da jetzt endlich mal aufeinander heilen. Ich hab noch keinen Jen geschafft, ne? Das ist der Haken. Und der Killer ist bei mir. Und der hat die aus dem Schrank gezogen. Und der hängt die genau bei mir auf. Das heißt, ich bin jetzt tot. Da wo die hängt. Aber der kommt nicht zu mir. Der geht irgendwo anders hin. Das heißt, ich hänge sie ab. Der ist gut. Ja, der zieht voll gut. Ich fände der Killer immer noch hinterher. Ja, ich bin schon weg. Und dann komm ich dich runter holen. Bitte. Bitte. Bäh. Wternach. Bäh. 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 Däh. Ich kann nur hin... Ich laufe die hinterher. Wow, wir schaffen mal einen Gen. Und nach oben. Ich glaube, der jagt irgendeinen von den anderen. Ja, und da hat er schon den. Der ist voll auf die fixiert. Der kann da. Den tue ich ihm auf jeden Fall nicht. Krass. Ich wusste gar nicht, dass da der Wohnen aufgeht. Ich wusste gar nicht. Kann man ja auch leider nicht fliechen. Nice. Der hat mich. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein! Warum drücke ich auch weh? Ich will doch nicht zu dem! Ich will doch weg von dem! Statt zu ihm! Aber ich glaube, der lässt mich in Ruhe. Oh Gott, das ist bei mir. So, ich wünsche mich hier mal weiter zu heilen. Woher läßt sie liegen? Woher läßt sie liegen? Oh jeee, ich bin bei mir. Ich bin weg. Ich bin weg. Und dann die, die lässt er auch liegen. Jetzt geht er wieder zurück. Aber sie ist oben. Die Clodette hat zu hoch geheilt. Ich sitze an meinem Jen. Ich wusste ja, dass die Clodette bei der in der Nähe ist. Da habe ich mir gedacht, dann brauche ich den Jen lieber. Hi. Ich weiß jetzt nur nicht wohin. Aber er lässt die auch wieder liegen, weil der hat die andere aus dem Schrank. Die direkt daneben ist. Dann sucht er jetzt nur nach uns. Oh, er hat mich gesehen. Hey. Ja, ich renne. Keine Ahnung wohin. Aber ich renne. Nein, 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 nein. Schießen verboten. Ich sagte Schießen verboten. Nein, jetzt hat er nicht. Ich drücke aber auch immer die falschen Tasten, ey. Ich drücke aber auch immer die falschen Tasten, ey. Ich drücke die anderen, wo die anderen auch sind. Da kommt der Triller aber auch schon. Ja, aber er ist auf. Wir sind alle verletzt. Wir müssen jetzt alle raus. So, dann gucke ich dir jetzt noch zu. Bist du? Komm doch. Ich möchte bis zu gucken. Zuschauen. Da bist du. Okay, der geht wieder zum anderen. Nice, hat er dich nicht gesehen. Perfekt. Ja. So, meine Lieben. Und das war's dann für heute. Ich wünsch euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das ganz schaut. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war doch ne coole letzte Mal.